1, 2, 3, GO! Ich hab ein bisschen hier ein Haus und so gebaut Haben für mich mitgelootet Haben mir ein paar Sachen mitgebracht Aus den Leveln haben wir jetzt einen Bogen sehr stark verstärkert Und die haben uns diese geile Rüstung geschenkt Mehr ist seitdem nicht passiert Und diese Folge Wurde ich sagen, arbeiten wir mal sehr viel daran, uns ein Haus zu bauen Das ist ja eigentlich gar nicht so schlechte Idee, man Was natürlich doof ist Weil wir hier nicht so viel, mega viel Fläche haben So, hallo jetzt erstmal von meiner Seite zum Beispiel Ja, auch wieder da Sind natürlich alle da Leon hat jetzt ein paar Wörter gesagt direkt 7 Abonnenten verloren Was ist noch? Was? Was hast du verloren? Nichts, nein, ich hab gesagt, Leon hat jetzt ein paar Wörter gesagt Sofort hab ich ein paar Abonnenten verloren Und ich werde verklagt Nein, mach Spaß, Leon Anzeige ist raus Anzeige ist raus Anzeige ist out of the game Ja, ich hab gar nicht so viel zu labern Eigentlich hab ich gar keinen Bock zu labern Deshalb mach ich's nicht Ja genau, und wir haben hier schön 10 Herzkanister bekommen Die Wörter sind einfach alles Ihr habt den Herzkanister bekommen Deshalb, du Herz-Norange, wir haben nochmal eine 10er Leiste dazu bekommen Ich bin ganz klar, ja Ich hab dir meine Punkt gegeben Ich hab dir auch noch Was? Oh ne, wieso kann ich denn mit den Cloud Boots höher springen als mit den Tribal Boots? Finde ich kacke Was hab ich denn drauf? So, die behalte ich mal momentan Hier oben drinnen Knapsack Genau, Haus bauen Gute Sache, Ego Entschuldigung Ach, ich glaube Wie lange das dauert, was hier abzubauen Bestimme Ich hab gesagt, das geht einfach wieder runter So, den brauch ich Die brauch ich Ach man, ich kenn's Kann man einer sagen, wo man Campingfeuer ist Wo was ist? Campingfeuer Campingfeuer, keine Ahnung Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das ist, meins ich würde eigentlich sagen dass wir nicht hier unsere häuser bauen also ich werde auf jeden fall nicht unten wohnen ich werde oben wohnen er kann es ja machen aber wir wohnen auf jeden fall alle in der Nähe seine Familie, wir bleiben alle zusammen sag mal, ist hier oben auf den Slime-Insinn eigentlich ein Slime-Spawner? Ne, die spawnen automatisch, das ist von dem Häckselprogramm gut ne, das ist kacke, das ist per kacke ist das verschwär dich bein, wenn dein Wegel einfach nichts hin die gucken dieses Video sowieso, die wissen jetzt Bescheid was? die gucken dieses Video sowieso, die wissen jetzt Bescheid das ist ja das beste Projekt des Jahres das schaltet man halt mal ein hat noch nie gegeben dieses Projekt auf dem YouTube ne, ne, ganz gar nicht, nicht mal irgendwie in einem Zusammenhang mit irgendetwas nicht mal ansatzweise dasselbe, das ist komplett neu zum Beispiel auch nicht Hero oder so auch nicht zum Beispiel, ähm, Minecraft, wie hieß es damals ein Megaprojekt, was halt so über so einen ähnlichen Launcher gelaufen ist nichts, nicht mal so anders hä? das ist, der Launcher ist kein bisschen ähnlich von Hero davon er ist auch nicht ähnlich bei meinem ja doch, man kann auch vergleichen, weil das nicht dasselbe ist weil das nicht der normale Minecraft Launcher ist, sondern halt ein spezieller anderer die Farben kommt ok die Farben erreicht mich hier halt so ein bisschen ja egal wir reißen hier auf jeden Fall sowieso noch die ganzen Sachen ab also von den ganzen anderen Sachen und machen hier immer eine schöne Stadt draus das auf jeden Fall nein fehlt gerade mal nein, hab ich am nicht viel besser Rede, ich weiß genau wo ich mein Haus hinbaue immerhin ich als Bürgermeister brauche was hübsches Leute, ihr dürft ruhig lachen, Alter. Was ist denn da los? Was ist denn da los bei euch? Ah, es war blödes Holz. Oh Mann. Wieso steht hier ein Ender-Backpack rum? Das hast du da hingestellt. Das mache ich jetzt so. Ein was steht da rum? Ein Ender-Backpack. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Egal. Einfach da stehen lassen. Ein Neuverzintes. Ein Neuverzintes bevor. Ich baue oben hier an den Hügel, ne? Welchen Hügel? Ich baue auch an einem Hügel. Dem roten Hügel. Okay. Besser so. Ich baue mich an dem anderen Hügel hier. Wo ich schaue mal, vielleicht wäre ein Baumhaus auch ganz leicht. Aber das war ein bisschen zu weit weg, vielleicht. ein Stückchen. Achso, ich kann mich mal kurz rüber geflogen. Ja, genug. Wir haben uns natürlich auch electric steps gemacht. Aber das war noch... Ha! Ja, das passiert. Das ist doof. Wenn ich kurz erklären, wenn man hier zu viel fliegt, dann wird man vom Server geschmissen. Weil ich mich persönlich richtig behindert finde. Aber leider nicht. Das kann ich jetzt auch nichts aneinander machen. Okay. Wir gucken uns jetzt. Wir gucken uns jetzt an. Okay. Wir gucken uns vor. Wie mache ich das jetzt am besten? Wie mache ich das jetzt anders? ARGH! Du fliegt so viel! Ach ne, ich komm nicht auf den Server wieder. Igor? Ja? Hast du zufällig irgendwo eine Truhe mit Eisen drin? Mit Eisen? Eine Truhe! Ja, mit was? Items drin! Ja, hab ich. Zwei sogar. Nein! Nein! Scheiße! Ich brauche den Mensch. Wie heißt der Stein? Kommt jemand mit in den Meter? Ne. Leatherrack. Nein, ich brauche Quarzblöcke. Quarzblöcke. Das ist aber die Schmerzen in den Meter. Die ich mache. Die ich weiß, was es nicht mehr geht, bin ich. Ich komme schon von eines. Die ichн weiß nicht mehr. an was kann ich in Lava fallen wie ich will oh das Kobold, oh man was weckt mich auch äh scheiße ja 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 Naja, obwohl auch... cool ist. Muss er jetzt rausschneiden, sonst morgens alle Kinder. Ach, scheiße, nein. Will jemand irgendwelche Bäume oder Blätter aus dem Blick da haben? Eigentlich nicht? Nee, mag ich nicht. Brauche ich nicht, will ich nicht. Möchte ich nicht. Das ist Silber, ist aber egal. Warum? Nicht weit genug oder so? Oder warum will das jetzt hier nicht funktionieren? Das war gelohnt. Oh, man hat gelohnt. Oh, man hat gelohnt. Oh, keine gelohnt. Oh, oder? Nein. Diese Stimme. Doch, doch, ich, wenn wir cool mitbringen können. Oder nee, nee, doch nicht. Oder doch. Scheiße. Was denn jetzt? Ja, ich weiß nicht. Das ist eine schwierige Auswahl. Auswahl gibt es da nicht. Da gab es ein Ja oder Nein. Ja, bring mit, wenn es keine Umstände macht. Was denn jetzt? Wenn es keine Umstände macht, bring mit. Und? Also macht es um Stimme. Ah, 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 ah. Und jetzt haben wir kein Stimme. Ich muss Laura sterben. Ich hab kein Stimme mehr drauf. Ich hab keinen Stimme mehr drauf. Hm, nice. Ja, es läuft gut, dass wir bei der Hausbau. Ich hab schon gute Ideen. Ja, Hausbau kannst du ja auch rein theoretisch offline machen, Igor. Naja, könnte ich schon. Zwischendurch mal. Könnte ich schon, dass du recht. Weil Hausbau ist nicht gerade immer so das spannendste, was man sehen möchte in der Folge. Ja, eben. Deshalb. Also ich glaube nicht, dass du was dagegen hab, wenn ich Hausbau mal, jetzt nicht so altübertrieben, aber so ein paar Fortschritte so ausbau und hinbau. Wie viel Glossau bräuchten sie denn? Wie viel du mitbringen kannst. Wie viel du mitbringen kannst. Ich bring drei Stacks mit in den Zitag. Also ich brauch drei Stacks. Also ich brauch drei Stacks. Drei Stacks, ja, doch, okay, das reicht. Ich bräuchte vielleicht einen halben Stacks oder so. Ein Glossau braucht. Nein, einen halben Stacks. So, ich hab schon gesagt, ein Glossau. Ich hab schon gesagt, ein Glossau. Ich hab's nicht erwartet. Wir müssen jetzt noch ein Glossau. Irgendwann noch Closla und unten. Aletwenn direkt in der Lava. Du hast jetzt aber gleich schon zu Ende. Ein, zwei Minuten ungefähr. Wie lange haben wir denn schon? Jetzt noch? 14 Minuten und ein halb. So lustig, dass die auch in so einem Lava schwimmen kann. Oh mein Gott, oh meine Öfen hab ich gebrot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. an noch 20 Meter uns über den Spahn um umlaufen die sich für die Außen und in die Sonnebein Nein, 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 nein Hat jemand von euch Kohle? Wie oft willst du das noch fragen? Ich hab das nicht gefragt, Leon hat das für ihn einmal gefragt Sache ist, ich brauch die gerade selber Okay Egoist, Alter, nicht egoistisch Richtig egoistisch, Junge Ja, ist mir ja egal Na, ich mach nur Spaß Hä, sind in Metern die eigentlich voll viele Zombie-Pigments? Ah, fuck, ich bin jetzt Warum funktioniert das nicht mehr? Was ist da rein? Da hab ich gar keine Kohle mehr, Alter Da kann ich mal mehr Teuchen, teuchen Um mich als Holz zu benutzen Und wir setzen die ganze Spinnnetze hin, Alter Das ist Skelett Du hast jetzt ein Bosszombie, Alter Das ist ein Zerstörer Ah Oh Mann, das ist ein Schild Oh, die geschild, nice Oh, ja, aber nicht Okay, hiermit ist Folge zu Ende Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben Und wenn ihr den Kanal mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal Nein Nein, 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 nein Und ihr wisst, ich kommentiere immer wieder gerne mit euch, deshalb schreibt schön mal in die Kommentare Von Frage bis zu Antworten, ich versuch's zu beantworten Macht er eh nie Ähm, tue ich auch nicht Nein, 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 nein Er hat Geld Er will euch alle gar nicht mehr haben Ich war sehr ironiert Und kein Geld mehr verursacht Naja, ich verdiene auch gar kein Geld, mit YouTube Es gibt keine mehr zu tun Äh, insten Ah, ich bin Ah, nochmal Kohle Ah, fuck, kreper mit dem, ah shit Ich hab jetzt alle gleich Kohle brauchen Ja, voll gewendet, ne mein Junge, mich vergessen Was? Was schon wendet? Äh, nein, hab ich nicht vergessen Ah fuck, das war, slight, halt weg Genau, ja, ähm, dann würde ich aber mal sagen, sehen wir uns, äh, beim nächsten Mal und haut da rein. Aber erst mal setze ich jetzt noch die Glasscheiben hier. Habe ich noch irgendwie so ein bisschen was geschafft auf diese Folge. Außer jetzt hier mein Haus einzureißen. Okay, damit sind schon alle aufgebraucht. Gut, Leute, haut rein. Ne, peace out, chill, live, keine Ahnung. Also erst mal noch ausleuchten. Ich ziehe diese Folge jetzt einfach so mega ins Endliche. Ja, aber gut, wenn ich jetzt für die Monster komme. So, Leute, ähm, haut da rein, war schön mit euch. Macht's gut, tschüss.